Hey ho Leute und herzlich willkommen zum 100 Folgen Special. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit einer Stunde Sims 4. Wir beginnen dort wo wir in Folge 99 aufgehört haben bei Frodo in der Solar Fackel in Oasis Springs. Da hat er ja gerade noch sein Date mit der guten Elena und ja da gucken wir jetzt mal wie das Ganze sich weiterentwickelt. Ob die beiden vielleicht heiraten, ob die beiden vielleicht aber dann doch keinen Bock mehr aufeinander haben. Wer weiß. So wir sind ja hier und ja die sind hier weiter am flirten. Aber ich muss sagen uns geht die hier ziemlich auf den Keks. Wie wäre es eigentlich einfach. Och okay. Äh was macht ihr. Wer ist das da. Wo geht ihr denn hin meine guten. Ach okay ihr geht plaudern. Revi ist zur Arbeit gegangen. Alles klar. Gut. Die beiden haben sehr viel Spaß wie man sehen kann. Und äh das mit dem verspielt werden. Wie lasse ich die denn verspielt sein. Das ist so eine Sache. Knadenlos kitzeln vielleicht einfach. Wir kitzeln die erstmal aus würde ich sagen. Mal gucken. Hahaha. Gefällt dir das? Seid ihr denn jetzt verspielt? Nein. Leider nicht. Das ist schade. Äh. Ich würde euch gerne verspielt lassen. Bei lustig vielleicht. Kannst du einen schmutzigen Witz erzählen. Mach das mal. Ich hab letztens in die Hose gekackt. Und der war schmutzig. Hahaha. Ja. Äh. Okay. Kannst du vielleicht auch einfach hingehen. Warte mal. Bewunderung ausdrücken. Wir werden das Date auf jeden Fall zu Ende spielen. Damit. Äh. Ja. Das Ganze hierbei. Äh. Auf jeden Fall gut funktioniert. Eine tiefgründige Unterhaltung könnt ihr führen. Würde ich sagen. Äh. Die Erde ist rund. Ne. Das haben wir jetzt herausgefunden. Das hat Frodo festgestellt. Der Sack. So. Ja. Die beiden sind richtig verliebt. So wie es aussieht. Wir können jetzt auch mal vorspulen. Damit die Stunde etwas schneller rum geht. So. Ähm. Allerdings wird das. Keine Ahnung wie ich das hinbekomme. Die beiden. Die sind echt. Was will die hier eigentlich? Saskia Kreuz. Ey. Ich weiß nicht was die will. Die nervt gerade so ein bisschen. So. Wir haben eine Belohnung bekommen. Äh. Bekommen. Hier. Äh. Mit einer Goldmedaille. Gucken wir mal kurz. Was wir dafür gekriegt haben. Wir haben dafür. Pass mal auf. Hä. Haushaltsinventar. Ach. Oh. Ich muss jetzt erst zurück gehen. Weil da wird das Inventar angezeigt von. Ähm. Hier. Äh. Gut. Dann würde ich echt sagen. Dass er jetzt nach Hause geht. Und. Ja. So. Genau. Und. Ja. Dann würde ich sagen. Äh. Geh mal schön nach Hause. Mein Freund. Und. Äh. Ja. Gucken wir mal. Was zu Hause so abgeht. Gucken wir einfach mal. Was die jetzt treiben. Ähm. So. Ja. Äh. Okay. Alles klar. Okay. Oh. Wer ist denn da zurück gekommen? Das ist der. Wer ist das? Ist es Kevin oder Olaf? Okay. Das hier ist Olaf. Der ist gerade glaube ich beim Essener. Ähm. Dem geht es ziemlich unwohl. Wegen unerfreuliche Umgebung. Hallo. So. Also. Bei dieser Terrasse. Da kann keiner was sagen. Absolut keiner. So. Wirklich nicht. Da kann wirklich keiner was sagen. Und. Äh. Ich würde sagen. Dass. Äh. Isabel vielleicht mal einfach. Oh ja. Die Toilette verwendet. Genau. Äh. Mach das mal meine gute Isabel. Nein. Du sollst sie nicht anquatschen lassen. Och. Geh doch einfach aufs Klo. Mensch. Die olle Trulla mal wieder. Hier. Lässt sich von Kevin anquatschen. Gut. Es ist ihr Sohn. Aber. Was soll's. So. Oh. Was ist das? Mein Wecker klingelt. Ups. Warum. Wecke. Äh. Weckelt mein Klinger. Wollte ich gerade sagen. Klingelt mein Wecker. Ähm. Ich bin dafür. Dass die gute Isabel. Eine Runde. Ähm. Spaß haben soll. Vielleicht soll sie auch einfach. Ähm. Pass mal auf. Äh. Eine Runde reißen. Und zwar. Äh. Reißt sie mal einfach. Warte mal. Ähm. Warte mal. Wo reißt sie hin? Mit Isabel werden mal. Oh. Was kritische Fehler. Während der letzten Startsimulation haben die Sonnensegel des Shuttles kritische Fehler gemeldet. Die Schätzchen sind nagelneu und waren teuer. Revi kann entweder versuchen sie zu reparieren oder einfach neu einzubauen. Reparieren. Gut. Leistungsverbesserung. Mittel groß. Jackpot. So. Wir gehen nämlich hier. Ähm. Den Haushalt von Skate besuchen und von John Cena. Von dem haben wir ja schon länger nichts mehr gehört. Und ich werde in diesem Sims Let's Play jetzt noch. Ähm. Eine neue Familie dann hinzufügen. Da gucken wir, dass es dann funktioniert. Und ja. So. Isabel. Klopf doch mal hier an der Tür. Geht das nicht? Kannst du nicht hier einfach. Oh. Stell dich mal lustig vor. Hier bei John Cena. Oh. Der hat sich. John Cena hat sich in die Finger geschnitten. Alles klar. Okay. Geh mal hin. Klopf vielleicht mal. Oh. Die marschiert einfach rein. Okay. Kann man mal machen, Isabel. Stürmt vielleicht nicht beim Schneiden. Aber okay. Stell dich. Was ist hier los? Hallo. Äh. Ich muss schon sagen. John. Äh. Deine Muskeln. Die sind ja irgendwie schon der Hammer. Du kannst ihn ja mal vielleicht einfach ein bisschen besser kennenlernen. Während er hier Salat richtet und dran schnüffelt. Ja. Mh. Riecht das gut. Ne. Das riecht gut. Oder? Ja. Das riecht gut. So. Okay. Er ist fröhlich. John Cena ist fröhlich. Und er hat gerade im Ohr gepopelt. Und packt jetzt wieder. Ach Mann. Der hört dir gar nicht zu. Ist dir das klar? Kann sich ja mal über Probleme beschweren. Mach das mal. Beschwer dich mal über die Probleme. Oh Mann. Ey. Hier. Du hast mir deinen dreckigen Fingern in den Salat gefasst. Bist du eklig. Ja gut. Was ich gerade aus meinem Ohr reingeholt habe, geht ja jetzt wieder in meinen Mund rein. Haha. Oh Mann. Ich hätte jetzt gerne Bilou Bateschaum. Äh Duschschaum. Hat sie jetzt gerade gedacht. So. Ähm. Du könntest ja... Oh. Redet doch einfach normal miteinander. Genau. Äh. Äh. Verschöner mal seinen Tag. Hier. Geht das vielleicht? Könnt ihr das vielleicht mal machen? Guck mal. Warum stehst du denn? Ist sie fett geworden? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hallöchen. Okay. Wie wäre es einfach, wenn ihr auch ein bisschen übers Kochen redet? Einfach hier ein glückliches Gespräch. Was steht hier? Versuche mit diesem Sim eine dauerhafte Beziehung einzugehen. Ja Mensch. Ich muss ehrlich gesagt sagen, zwischen Revi und Isabel. Da ist jetzt auch schon länger nichts mehr im Bett gelaufen. Vielleicht ist Isabel ja gar nicht mehr zufrieden. Umarm ihn doch mal. Während er hier gerade am Essen ist. Ne. John Cena, der alte Sack. Ne gut. Er ist ein junger Erwachsener. Sie ist eine junge Erwachsene. So. Genau. So sieht es aus. Kannst ja vielleicht auch einfach eine lustige Geschichte erzählen. Ah. Ich mag Fast Food. Und ich mag es eigentlich nicht, mich wirklich festzubinden. Äh. Ja. Ich bin lieber frei. Wie eine Unterhose. Und ein Clown. Oh. Sie muss zur Arbeit. Ich würde sagen, meine Freunde. Da sie gerade. Ähm. Da sie gerade so viel Spaß mit John Cena hat. Würde ich sagen. Sie ruft an und nimmt einen Tag Urlaub. Oh. Er geht hier auf Toilette. Alles klar. Ähm. Und sollten wir vielleicht mal kurz warten. Okay. Er hat sie. Sie hat sich jetzt einen freien Tag gegönnt. Das ist ja auch was. Das ist ja auch was. Ne. Das ist sogar gut. Dass sie das macht. So. Und dann kannst du ja mal hingehen hier. Und vielleicht auch einfach. Äh. Mal gucken. Mal gucken. Ob er. Ähm. Single ist. Ich weiß ja nicht. Wie sieht's denn aus? Einfach nur aus. Was machst du denn? Und? Wie sieht's aus? Ist er Single? Ja. Oh. Ja. Er ist Single. Dann kannst du ja mal hier einen Hüftstoß reinpacken. Mach das mal. So. Juhu. Okay. Das ist sehr schön. Ne. Ihr könnt ja mal hier weiter vielleicht einfach mal anfangen zu flirten. Mal gucken. Ob der John Cena drauf an. Hi. Ah. Oh. John Cena springt drauf an. Das ist. Ja. Interessant. Okay. Isabel. Was ist da eigentlich? Ich los mit euch beiden. Ich weiß ja nicht. Ähm. Ähm. Was das jetzt alles hier soll. Ähm. Du kannst ja mal ein Kompliment über das Aussehen machen. Oh. Cool. Hier. Mark hat 402 Euro mit nach Hause gebracht. Das ist ja auch toll. So. Könnt ihr hier mal vielleicht einfach. Kannst du ihm Zuspruch geben? Ja. Ich mag dich John Cena. Mein Kollege hier. Yay. Party zusammen. Ich mag die Sonne. Wenn sie scheint. Yay. Ist das nicht toll? Ja. Äh. Hau doch mal hier einfach. Äh. Ein Anmachspruch raus. Mal gucken wie das ankommt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Der Anmachspruch. Oh. Oh. Okay. Kam mir jetzt nicht schlecht an. Interessant. Er ist kokett. Vielleicht könnte man da nochmal flirten. Wie schaut's aus. Hi. John Cena. Ich mag dich irgendwie. Hallo. Oh. Oh. Da bahnt sich etwas an. Leute. Ich bin mir nicht sicher. Aber Isabel. Willst du das wirklich? Du kannst ja mal seine Hände küssen. Und gucken ob die schmecken. Oh. Lecker. Lecker. Oh. Okay. Okay. Isabel. Nein. Schnell nach Hause. Bevor irgendwas passiert. Bevor irgendwas passiert. Du darfst. Du darfst Revi doch nicht fremd gehen. Geh schnell nach Hause. Geh. Geh einfach schnell nach Hause. Das geht nach hinten los. Oh mein Gott. Ähm. Isabel. Wie konnte sowas nur irgendwie passieren überhaupt? Du und John Cena. Oh nein. Oh nein. 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 Bloß nicht. Bloß nicht. John Cena und Isabel. Das sollten wir mal im Auge behalten. Dass Isabel da nicht fremd geht. Ich meine. Du kannst ja mal hier vielleicht einfach mit deinem Bruder. Kannst dich mal vielleicht ausheulen. Du möchtest Techtelmechtel mit jemandem haben. Weil du gerade kokett bist. Vielleicht einfach mit Revi. Wie schaut's aus? Der ist gerade hier am tanzen. Kannst ja mal hier ein Techtelmechtel raushauen mit Revi. Mit dem bist du ja verheiratet. Und dich ablenken. Weil John Cena, der, 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 ähm, tut dir ein bisschen den Kopf verdrehen. Keine Ahnung warum. So. Frodo ist nach Hause gekommen. Das ist in Ordnung. Der soll mal hier schön schlafen gehen. Weil mit dem müssen wir auch noch auf die Arbeit, ne? Äh. Morgen nämlich. Am, äh. Freitag. Muss man mit dem Frodo nochmal zur Arbeit gehen. Damit der schon mal eins weiter hier befördert wird. Ich hoffe, das geht dann gut. Klar auf jeden Fall. Hier. Kevin ist schön am schlafen. Olaf, warum bist du denn nicht am schlafen? Du bist noch am zocken. Mein Freund. Äh. Gut. Okay. Du gehst jetzt. Na, das ist gut. Okay. Ja. Revi und, äh, Isabel. Ihr könnt mal wieder eure Beziehung auffrischen. Ähm. Sie muss jetzt das vergessen, was gerade bei John Cena und, äh, bei John Cena zu Hause passiert ist. Und, ähm. Ja. Revi, du bist angespannt. Du brauchst Videospiele. Oh Gott. Äh. Ja. Ja. Er möchte gerne in Urlaub fahren. Ja, Leute. Was würdet ihr davon halten, wenn wir dann in Urlaub fahren? Ich glaube, wir lassen jetzt erstmal mit Marc, äh, mit Frodo gehen wir nochmal einen Tag zur Arbeit. Und, äh, danach könnten wir mit Revi in Urlaub fahren. Mit Revi und Isabel vielleicht. Revi, Isabel und Kevin könnten in Urlaub fahren übers Wochenende. Mal gucken, ob das vielleicht was wäre. Aber, ähm, ja. Mal gucken, wie gesagt. Gut. Sie ist jetzt wieder hier glücklich, sag ich mal. Das ist, das ist schön, dass das geklappt hat mit euch beiden hier. Gut, äh, wie sieht es denn jetzt aus? Okay, du hast, du hast mega Hunger. Dann sollst du vielleicht noch was essen. So. Äh, kannst du ja dir hier eine Wurst nehmen. Und das da packe ich mal hier in den Müll. So. Und das da kommt hier in den Müll. Und das hier hier in den Müll. Und das da kommt, äh, dort in den Müll. So. Okay, ich bin mal gespannt. Wie lange muss denn die gute Annika arbeiten? Okay. Äh, könnte die vielleicht noch befördert werden? Es sieht eher sch... Na, sie wurde nicht befördert. Aber sie hat ordentlich Geld mit nach Hause gebracht. Nur 200 Euro. Äh, Doda. Simodeons meine ich natürlich. So. Was ist mit ihr los? Es braucht eine Pause, ja, meine Gute. Dann leg dich doch mal hier neben deinen Mann zum Schlafen. Ja, mach das doch mal. So. Gut. Dann, äh, würde ich sagen, ich spule mal ein bisschen vor hier. Weil in der Nacht, äh, wird wahrscheinlich nichts Großartiges mehr passieren. Sie soll sich dann auch noch hier schlafen legen. Dann schlafen alle Sims. Und das wäre doch eigentlich praktisch, ne? In der Nacht, wenn alle schlafen. Was ist jetzt los mit meinem Handy? Ich habe eine neue Nachricht. Oh mein Gott. Wie kann denn sowas passieren? So, Moment. Ich habe mein Handy jetzt gemutet. Wenn es interessiert, ich nehme das Ganze jetzt gerade in der Nacht auf. Weil ich, ähm, ja. Gerade einen kaputten Schlafrhythmus habe. Und ja, jetzt dann der 24-Stunden-Livestream kommt, ne? So, er ist gut gelaunt. Er ist, äh, bereit für seinen nächsten Arbeitstag. Wie sieht es denn hier aus? Der muss mal auf Toilette, so wie es aussieht. Oh ne, halt, halt. Gibt's das jetzt? Das Klo-Battle. Frodo oder Revi. Oh, okay. Es wird Revi gewinnen. Oh, oh, oh. Nein, ey, du trägst da. Ich muss auch aufs Klo. Okay. Dann, er dreht sich um und geht raus. Das Klo-Battle hat also Revi gewonnen. Schade. Ich hätte auf Frodo getippt. Aber okay. Aber ist ja gut. So. Okay, äh, Frodo. Nein, du, du, du gehst es mal bitte aufs Klo. Hier. Nachdem Revi seine Sitzung hier beendet hat, gehst du mal bitte auf Toilette und danach kannst du, äh, dir hier mal eine schnelle Mahlzeit holen. Moment. Schnelle Mahlzeit essen und zwar Cerealien darfst du essen, mein Freund. Und der Revi, der hat auch Hunger, der soll auch mal hier schnelle Mahlzeit essen und Cerealien. Und danach darf er das hier aufräumen alles. Na, weil irgendjemand muss ja hier aufräumen auf jeden Fall. So. Okay, er wäscht sich die Hände. Das ist gut. Und der ist schon wieder am Zocken. Muss er denn heute arbeiten, der Gute? Äh, ja, er muss heute arbeiten. Aber er muss nichts wirklich machen. Ähm, der ist jetzt am Zocken. Der soll sich jetzt auch mal bitte hier, ähm, eine schnelle Mahlzeit gönnen, der mag. Und dann ab ans Klavier und ein Lied spielen. Traditionell, nämlich Oasis Springs. O, Isabel ist in der Wanne, so wie es aussieht. Ja, ist so. Und ja, ich freue mich um ehrlich. Warum, was, was machen die beiden hier? Warum frühstückt ihr im Bett? Frühstück im Bett bei Revi. Alles klar. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Okay, wenn du dann fertig gefrühstückt hast, gehst du noch, bevor du zur Arbeit gehst, auf jeden Fall, hierhin und nimmst eine schnelle Dusche. Was ist damit? Er bewundert den Koffer voller Geld. Oh. Lieber Frodo, du solltest dich vielleicht mal ein bisschen beeilen mit dem Essen. Kann man den, kann man den nicht hier ein bisschen, er ist Kunstliebhaber. Okay, er hat sich jetzt inspirieren lassen von Kunst und erstellt. Warum kannst du nicht duschen gehen, mein Freund? Geh doch jetzt hier duschen. So, let's go. Genau, erst duschen. Und nein, jetzt muss er zur Arbeit. Wir werden da auf jeden Fall mitmachen. Ja, wir sind da, Frodo. Wir arbeiten jetzt zusammen wieder als Arzt. Und wir werden dich auf jeden Fall befördern. Dafür sorge ich auf alle Fälle. Das war ja auch unser Plan. Und wir dürfen nicht vergessen, das Ganze mit Isabel und John Cena. Gut, okay, drei Patienten begrüßen. Erstmal hier nach Tag fragen. Mach das mal. Du gehst da jetzt einfach mal rein. Kannst du ihn nach dem Tag fragen? Geht das? Über Träume reden? Wo ist denn der jetzt hin? Ach, der ist da. Okay, drei Patienten begrüßen. Oh, hier sind ja viele. Das hier ist der Schwanger-Romat, oder? Ich weiß es nicht. So, wo ist er denn hin? Hä? Du sollst ihn doch begrüßen. Begrüß ihn doch jetzt mal. So. Hallo, hallo. Alles klar bei dir? Okay, gut. Hat er gemacht. Dann geht er jetzt hin und begrüßt. Warte mal, ich mach mal hier kurz Stopp. Er geht jetzt hin und darf sich hier mal lustig vorstellen. Geht dann weiter und darf sich hier mal freundlich vorstellen. Hä? Hey, wo über Träume reden? Über Interessen? Warum kann ich den nicht? Keine Ahnung. Lustig. Erzähl eine lustige Geschichte. Und sie hier lustig vorstellen auch. So. Du bist nämlich ein lustiger Typ. So. Das spulen wir jetzt nämlich vor. Das soll er mal machen. So. Okay. Hat er geschafft. Ist alles gut. Der nächste. Hat es geklappt. Aber das hat geklappt. Aber das hat. Oh. Warum hat es nicht geklappt? Das ist ja doof. So. Das hat geklappt. Aber den hier kennt er schon. Deswegen kann er ihn nicht begrüßen. Oh. Warte mal. Aber hier. Geh mal hier hin. Lustig vorstellen. Mein guter. Los Frodo. Mach das mal bitte. So. Stell dich mal lustig vor. Wer ist denn das? Monika Schneider. Okay. Hat er das geschafft? Yay. Patienten hat er alle begrüßt. Das ist toll. Dann kannst du jetzt mal weiter deinen Kollegen hier über Arbeit reden. Wo geht das denn? Freundlich vielleicht. Arbeitsmoral loben. Das ist ja über Arbeit reden. Glaube ich. Zumindest. Wie heißt der überhaupt? Manuel Sommer. Lob ihn jetzt mal. Hau mal was raus. Auf geht's Mark. Äh Frodo. Warum sage ich immer Mark zu dir? Hau mal was raus. Los. So. Hi. Okay. Hat das funktioniert jetzt? Nee. Über die Arbeit reden bitte. Freundlich. Geht das hier? Arbeitsmoral loben. Mehr Auswahl. Über Arbeit reden. Jetzt geht's. So. Hä? Was? Was laberst du? Die soll mal schön still sein hier. Frodo hat hier noch eine Menge zu tun. Das soll ja noch schließlich befördert werden. Könnt ihr jetzt mal still sein? Entweder ihr geht euch jetzt behandeln lassen. Oder was macht der Arzt da hinten? Hallo? Sag mal. Können die mal die Fresse halten jetzt? Äh. Mehr Auswahl. Über Arbeit reden. Mach das jetzt bitte mal. Ansonsten mit dem anderen Typ. Hat das jetzt funktioniert? Klappt das jetzt? Hat das jetzt funktioniert? Ja. Amen. Gut. Okay. Jetzt darf er sich einen kleinen Snack gönnen. Ähm. Einfach hier einen Snack kaufen. Und zwar ein Fertigessen. So 16 Dollar. Macht das mal bitte. Wie lange er braucht, um dahin zu latschen. So. Okay. Gut. Er macht sich das. Weil er hat auch Hunger. So. Genau. Toll. Okay. Gut. Viel Spaß beim Essen. Aber ich muss nicht. Ich hab mir doch jetzt einen Snack gesch... Ah. Okay. Gut. Es hat gezählt da oben. Gut. Wusste ich jetzt nicht. Eine Tasse Kaffee trinken. Okay. Kann er auch mal einen Kaffee. Ähm. Nachdem er Kaffee getrunken hat. Soll er doch bitte noch mit dem Oberarzt hier äh plaudern. Ähm. Mehr Auswahl freundlich. Nach Tag fragen. Das kann er ja mal machen. Haben wir jetzt einfach mal eins nach dem anderen noch raus. Hä? Er wollte doch... Warten bis der Kaffee fertig ist. Ah. Okay. So. Mach mal hin. So. Okay. Heute hat er irgendwie gar nichts geschafft. Weil er sehr langsam arbeitet. Der Frodo. Was machst du jetzt damit? Hä? Wo bringst du das hin? Sag bloß du... Oh. Er läuft zu dem Mütteimer da. Nein. Was machst du? Ach du plauderst jetzt mit ihm. Hallo. Okay. Hä? Jetzt hat er geantwortet. Hallo. Ihr sollt doch jetzt... Ja. Gut. Er hat es geschafft. Sehr schön. Mit Kollegen geplaudert. Ähm. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit dem Kaffee aus? Du kannst ja über die Arbeit reden. Nochmal mit dem hier. Ähm. So. Über Arbeit reden. Ist auch wichtig. Mach das einfach. Und danach kannst du noch das Bett hier machen. Mach mal bitte, Frodo. Ich würde dich gerne noch befördert sehen. Dass das auf jeden Fall funktioniert. Das wäre nämlich sehr praktisch. Okay. Das gibt da oben schöne Punkte. Das ist toll. Alter, der rennt mit seinem Teller. Der tragt das Teller hier spazieren. Frodo und der, ähm, und der eine Teller oder das eine Teller. Übrigens im Dialekt heißt es das Teller. Deswegen sage ich immer, ähm, das Teller. Das heißt einfach so, äh, bei uns. Deswegen, äh, ja, weil sich einige gewundert haben in den Kommentaren. Hä? Äh, was die? Das heißt der Teller. Ja gut. Okay. Bringen wir dir jetzt erstmal Essen. So, mach mal. Hast du ja Essen gebracht. Gib ihr einfach den Teller, den du gerade die ganze Zeit hast. Hä? Du sollst dir doch Essen bringen. Ist der behinder? Essen bringen, Frodo. Essen bringen. Sag mal. Ich hasse dumme Menschen. Dann bring ihm das Essen, bitte. Hat er es jetzt angenommen? Kann er mal seinen Scheiß-Teller da wegwerfen? Oh Mann, Frodo. Du, äh, machst das gerade echt doof. So, hier. Äh, Getränk holen. Das machst du jetzt aber. So, let's go. Der Arbeitstag endet in einer Stunde. Okay. Hä? Er wird seinen Teller nicht los. Was ist denn das? Warum kriegt er seinen Teller hier nicht weg? Mann! Dann soll er jetzt hingehen. Pass auf und nochmal hier mit dem hier plaudern. Ähm, 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 ähm. Tag verschönern. Macht das einfach mal. Der wird seinen Teller nicht los. Der rennt mit seinem Teller weiter spazieren. So. So. Er plaudert weiter mit seinem Kollegen. So. Ja. Okay, gut. Wenigstens Silber. Was muss ich noch machen? Über die Arbeit reden. Gut, dass ich wenigstens noch ein paar Punkte dazu bekomme. Aber der lässt seinen Teller nicht los. Das ist ja irgendwie kacke. Über Arbeit reden. Genau. Red weiter über die Arbeit. Ich habe ihn robust. So. Ja, Leute. Schicht beendet. Frodo hat heute gute Arbeit geleistet. Er kann es schaffen, das Krankenhaus in einen Ort der Hoffnung zu verwandeln. Frodo wurde befördert und ist jetzt Hilfskrankenpfleger. Er verdient jetzt 5 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von 23 pro Stunde ergibt. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 192 neue Kleider, Doc Doc Xaviors Strahlendisplay, Sehprobetafel und er beginnt nächstes Mal am Ding. Okay. Okay, Leute. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Weil die Hälfte des Videos haben wir ja schon aufgenommen. Das ist interessant. Es ist jetzt bei mir 1.47 Uhr. Ich werde das dann alles über Nacht auf jeden Fall zum Rendern bringen. Und ja. So. Er hat alles geschafft. Ich bin mega stolz auf meinen Burschen hier. Und jetzt willst du Spaß haben. So wie ich das erkenne. Das heißt, du gehst jetzt einfach mal eine Runde schwimmen. So. Was hat sie hier vor? Sie will Frodo umarmen. Aus welchem Grund auch immer. Und Isabel sitzt einfach hier gerade am PC. Und pass mal auf. Was hat die denn vor? Sie will hingehen. Und im Web möchte sie hier. Was? Hey. Halt. Warte mal. Mehr. Äh. Sie will chatten. Und zwar mit. Wo ist er denn? Mit John Cena. Nicht mit dem Tod. Sondern mit John Cena will sie chatten. Weil der geht ihr einfach nicht mehr aus dem Kopf. Sie hat gestern versucht. Mit Revier das Ganze irgendwie aus der Welt zu schaffen. Und sich irgendwie den Kopf frei zu vögeln. Aber das hat nicht funktioniert. John Cena geht ihr einfach nicht aus dem Kopf. Und das ist schon ein bisschen komisch. So. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus hier mit Kevin? Sollen wir den vielleicht auch mal ein bisschen älter machen? Soll vielleicht mal die Mutter. Nee. Das ist ja die Mutter. Okay. Isabel. Geh mal hin. Und back mal einen Kuchen. Äh. Kochen. Die Kuchen. Die sind ja bei Kochen. Und nicht bei Backen. Deswegen. Isabel. Wenn du mit John Cena geplaudert hast. Dann kannst du ja jetzt dann hingehen. Und für Kevin einen Geburtstagskuchen machen. Weil der denkt schon dran. Oh. Ich hab. Ich hab Geburtstag. Ja. Jackpot. Oh Mann. Wenn Kevin jetzt Teenager wird. Dann wird es auch nochmal. Ich sag mal. Lustig. Lustig. So. Annika muss in einer Stunde zur Arbeit. Muss sie denn irgendwas noch erfüllt haben? Witze schreiben. Ja gut. Das schafft sie nicht mehr. Aber es könnte reichen. Dass sie befördert wird. So. Sie kann jetzt mal aufhören. Mit John Cena zu chatten. Sie soll jetzt erstmal hingehen. Und. Pass auf. Frodo. Dich schicke ich mal aufs Laufband. Energie. Was? Hä? So. Oh. Wer ruft denn da an? Carolin Mertes. Äh. Nein. Danke. Mit dir will ich mich nicht verabreden. So. Genau. Du machst jetzt hier mal den Kuchen für Kevin. Und der soll den dann natürlich erstmal auspusten. Damit er Teenager wird. Kevin hat ja hier sein Zimmer. Ähm. Das müssen wir dann vielleicht nach und nach etwas umgestalten. Aber als Teenager reicht gerade noch so. Ja. Ein bisschen Geld haben wir natürlich wieder mit verdient. Das ist auch sehr gut. So. Spul mal ein bisschen vor hier. Isabel. Und. So. Der Kuchen ist fertig. Sie stellten jetzt auf den Tisch. Und jetzt mal gucken. Ob sich irgendeiner drüber her macht. Dann wäre ich nämlich ein bisschen sauer. So. Geburtstagskerzen hinzufügen. Und Kevin. Du kommst jetzt dann noch daher. So. Kevin. Kerzen auspusten. Let's go. Du wirst Teenager. So. Mach mal hin. Hier. Da ist er. Unser Kevin. So. Annika ist zur Arbeit. Das ist gut. Und er pustet aus. Und. Er wird. Er wird Teenager. Und. Wow. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen. Kevin sieht richtig heiß aus. Er ist ein Witzbold. Und. Ähm. Er ist. Äh. Chaotisch. Und. Er ist ein totaler Spinner. Okay. Leute. Das ist unser Kevin. Der. Ich muss sagen. Leute. Der ist nicht fett. Unser erstes Kind. Was nicht fett ist. So. Da kannst du ja mal erst hier. Deine Mutter umarmen. So. Yo. Alter. Das. Das ist ja Weltklasse. Leute. Das gefällt mir. Du kannst dich ja gleich mal hier ans Reparieren machen. Und ans Aufwischen. Äh. Dass du das lernst. Lieber Kevin. So. Kevin. Kevin der Gute. Okay. Das. Ähm. Muss ich sagen. Leute. Das freut mich. Äh. Wer ist das? Frodo. Du kannst mal deinem. Äh. Frodo. Das ist dein Neffe. Du kannst ihn auch mal umarmen. Wie sieht's aus? Geh mal hin. Umarm den mal noch. Hallo. Alles Gutes zum Geburtstag. Ich stinke. Sagt Frodo. So. Frodo. Ja. Geh. Bitte duschen. So. Auf geht's. Duschen. Frodo. So. Ähm. Wo ist er denn? Hier. Ist der Gute. Der darf jetzt hier aufräumen. Der sieht echt. Ohne Witz. Leute. Er sieht. Er sieht gut aus. für einen Kevin. Oder? Was meint ihr? Das sind die Gene von Raphael und Dina auf jeden Fall noch drin. Und ein bisschen von Revien. Äh. Ein Spritzer Revien. Spritzer Raphael. Und ein bisschen davon. Ein bisschen hiervon. Na. Er soll jetzt hier schön das reparieren. Und Olaf darf noch ein bisschen Kind bleiben. Wo ist denn Olaf eigentlich gerade? Was macht denn der? Ach. Der sitzt hier am Tisch. Okay. Okay. Gut. So. Frodo. Wenn du dann fertig in der Dusche warst. Gehst du mal hier noch hin. Und die gute Isabel. Muss sie denn heute wieder arbeiten? Ja. Die muss um 20 Uhr arbeiten gehen. Ähm. Bin aber dafür. Dass sie vielleicht noch. Äh. Ein Stück von der Torte nimmt. So. Damit. Äh. Ja. Sie. Äh. Was? Okay. Was ist das hier? Äh. Geburtstag. Geburtstag. Ja. Geburtstage machen Spaß. So. Ich muss sagen. Äh. Hier. Bitte aufwischen. Mein Freund. Kevin. Das habe ich dir aber gesagt. Der Kevin. Der Gute. Der könnte vielleicht mal hingehen. Und gucken. Ob er sich irgendwo ein Mädchen aufreißen kann. Das wäre ja auch was. Hm. So. Der Kevin. Aber er. Kevin hat kein Doppelbett. Das muss man nochmal bedenken. Kevin hat kein Doppelbett. Aber. Gut. Was soll's. Ja. Ja. Der gute Kevin. Das wird nicht immer noch Weltklasse. Dass wir einen Kevin haben. Du kannst ja mal deinem Cousin hier. Keine Ahnung. Äh. Nacho Witz. Ein Witz. Nacho Witz machen. Okay. Oh. Du bist ja fleißig hier. Obwohl du ein Chaot bist. Krass. Dann macht er das richtig gut. Das ist ja schön. Freunde. Das ist ja echt schön. So. Und jetzt würde ich sagen. Machen wir mal ganz kurz. Bevor es weiter geht. Fügen wir jetzt einen neuen Sim ins Let's Play ein. Und zwar gehen wir jetzt hin. Hier oben. Und geben Basti ein. So. Zu Folge 100. Kommt jetzt nämlich. Pass mal auf. Einmal. Ähm. Eine ganze Familie. Warte mal. Hier. Die Elena Johnson haben wir ja schon drin. Ich will jetzt mal einen Kerl reinmachen. Wie heißt denn der hier? Gerhard Basti. Okay. Ähm. Ich würde sagen. Gerhard. Der ist. Ähm. Ein freiberuflicher Botaniker. Sammler. Aktiv. Naturfreund. Und ein Bro. Und ähm. Den speichern. Warte mal. Haushalt platzieren. Ich würde sagen. Den speichern wir mal in unserer Bibliothek. Und äh. Den. Mit einem aktuellen Haushalt verbinden. Ne. Das möchte ich natürlich nicht. So. Und wer ist das hier? Jasmin Basti. Okay. Warte mal. Sind das von derselben Person? Nein. Sind es nicht. Das heißt. Äh. Die hier speichere ich auch in meiner Bibliothek. Und jetzt gehen wir hin und machen. Erstmal hier das da. Speichern als. Let's play. Speichern. Jupp. Und äh. Gehen dann hin und machen folgendes. Ähm. Welten verwalten. Äh. Warte mal. Abbrechen. Erstmal zurück zum Hauptmenü. Speichern und verlassen. Das machen wir jetzt nämlich erstmal. Und dann fügen wir die beiden in einen Haushalt hinzu. Würde ich sagen. Und äh. Äh. Ja. So habe ich schon was äh. Dazu gemacht. Okay. Neuen Haushalt erstellen. Jetzt haben wir hier. Einmal einen Random Sim. Aber ich möchte jetzt. Pass auf. Ähm. Was ist das hier? Warte. Aus der Galerie hinzufügen. Job. Ähm. Home. Meine Bibliothek. Einmal dann. Den hier hinzufügen. So. Ähm. Ersetzen. Job. So. Und dann fügen wir noch einen hinzu. So. Ähm. Da habe ich nämlich auch noch einmal die hier. Zack. Ersetzen. Verbinden möchte ich das Ganze. Die beiden haben wir. Und äh. Die Klamotten lasse ich so wie ihr die erstellt habt. Äh. Allerdings ändere ich die Namen. Nachname. Basti passt für mich nicht. Gerhard Bauer. Und äh. Jasmin. Äh. Paulus. Wagner. Jasmin Wagner. Ähm. Die beiden sind. Äh. Nicht verheiratet. Es ist einfach nur der Mitbewohner. Und ich würde sagen. Den Haushalt. Ähm. Ähm. Was nennen wir. Ähm. 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 100. Einfach nur so. Damit wir wissen. Dass das in Folge 100 dazugekommen ist. So. Und zwar kommt das hinzu. Können wir hier das dazu machen? Geht das? Ah ne. Ne. Okay. Ähm. Wir machen das. Geht das hier? Nur gucken wir ob das geht. Nein. Mist. Äh. Okay. Dann äh. Vielleicht da. Gucken wir mal ob hier was frei ist. Die beiden sollen dann einfach vielleicht mal hier einziehen. Genau. So. Hier. Möbeliert. Dann würde ich sagen. Äh. Meine Freunde. Habt viel Spaß dort. Ich werde jetzt nicht mit denen spielen. Aber die Sims sind jetzt im Let's Play auf jeden Fall vorhanden. Und könnten vielleicht irgendwann später eine Rolle spielen. Da uns das aber nicht interessiert. Ähm. Gehen wir jetzt zurück ins Hauptmenü. Und spielen mit unserem Hauptspeicherstand auf jeden Fall weiter. Ne. Ich wollte uns nur in dem Video auf jeden Fall einbauen. Dass die Sims jetzt hier hinzugefügt werden. So. Schließelaunen ab. Okay. Äh. Gut. So. Wir müssen hier hin. Denn dorthin ist unsere Familie ja damals gezogen. Hier. Ähm. Auch so ein riesen Grundstück Platz. Krass auf jeden Fall. Und. Ja. So. Aber Leute. Was ich gerade erfahren habe. Die Isabelle hat mir zugeflüstert. Also Mann. Ey. John Cena. Der geht mir absolut nicht aus dem Kopf. Den muss ich nochmal anrufen. Den muss ich einfach nochmal treffen. Allerdings geht sie jetzt dann zur Arbeit. Von daher glaube ich nicht, dass ich den nochmal treffen werde. Ähm. Der Gute, der hier sucht ein bisschen Spaß. Wir gehen jetzt mal hier auf Reise, würde ich sagen. Mit dem guten, ähm. Wer heißt der hier? Der Kevin. Und gucken mal, äh. Ob der vielleicht hier in den Club kann. In die Bar. Wobei das sind nur Teenager. Ah. Ne. Mensch. Wir könnten mal hier gucken. Vielleicht einfach im Park oder im Fitnessstudio. Gibt es da viele Teenager? Was meint ihr? Wer ist denn da so? Ah. Da wohnt der. Der wohnt da. Die wohnt da. Ich habe hier gar keinen Teenager. Wir gehen mal hier. Ne. Halt mal. Wir gehen mal in diesen Park hier. Ähm. Hier. Und gucken mal, ob es da vielleicht irgendwelche Teenagers gibt. Und ob die vielleicht Lust haben, äh. Unsere Freunde zu werden. Wäre ja in Ordnung eigentlich. Also ich hätte nichts dagegen, wenn die Freunde wären. Ja. So. Okay. Es ist ja auch schon später. Wer ist denn das? Auch ein Teenager. Der Maurice. Könnt ihr euch auch mal kennenlernen. Könnt für was weiß ich. Kannst ja ein bisschen rumblödeln. Mit ihm. Er ist kokett. Hä? Wer ist das noch? Wer ist das da? Maurice. Und Hanna Peters. Wo ist die denn? Ist sie unsichtbar? Ist es unsere unsichtbare Freundin? Wer bist du denn? Eine Erwachsene. Hanna Braun. Okay. Ne. Nicht so meins. Wer ist das da? Wer bist du? Feuer. Die denkt Feuer. Marina Schäfer. Okay. Ähm. Hä? Wo ist das denn jetzt? Wo sind die denn hier? Äh. Wo? Ah. Die da. Ne. Die ist auch Teenager. Hanna Peters. Ne. Ah. Da ist aber irgendwie nichts am Gehen. Ne. Oh. Und wer ist das da hinten? Die ist schon erwachsen. Okay. Ja gut. Äh. Kevin. Ich weiß ja nicht. Vielleicht könntest du. Ähm. Mal. Ähm. Ihm den Tag verschönern. Hier. So. Aber Leute. Es soll ja eine Special-Folge sein. Muss ich sagen. Das heißt. Es muss auch irgendwas Special-mäßiges passieren. Und du kannst ja mal. Maurice. Ein Kompliment geben. Ne. Das. Das wäre ja was. Ne. So. Okay. Du kannst ja auch vielleicht einfach mit ihm eine tiefgründige Unterhaltung haben. Und die hier kann man ja mal bitten wegzugehen. Weil mit der will ich nicht wirklich reden. Wer ist das denn? Oh. Der Gerhard Bauer. Den haben wir ja gerade hinzugefügt. Der ist da am Start. Und wer ist das da? Wer bist du denn? Hä? Ach man. Ich konnte den Namen nicht lesen. Schade. Wer bist du? Äh. Lukas Preuer. Okay. So. Genau. Und. Äh. Kannst ja mal hier. Keine Ahnung. Ähm. Lustig irgendwas machen. Weiter rumblödeln. Vielleicht. Das macht vielleicht ja auch ein bisschen Spaß. Oh. Revi hat wieder Geld mit nach Hause gebracht. Das ist schön. Was ist das für einer? Mareike Klee. Okay. Wie sieht es da eigentlich aus? Bei Romantik kann man dem vielleicht fragen, ob der Single ist. Ne. Wäre das was? Bist du Single? Ja. Oh. Kevin scheint Interesse zu haben an Maruis. Maruis heißt ja nicht Maurice. Mo-Muris. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Aber. Dann können wir vielleicht mal. Keine Ahnung. Mit ihm flirten. Wie sieht es aus? Vielleicht. Wie das ankommt bei ihm. Hau mal was raus. Oh. Die beiden. Was. Oh. Was ist das los? Was will die hier schon wieder? Saskia Kreuz. Nein. Einfach nein. Hier ist einfach ein kleiner Stau. Du kannst mit ihm flirten. Das ist ja interessant. Kannst du ihm ja nochmal ein Kompliment geben. Kann man ihn vielleicht mal fragen. Hier freundlich. Ähm. Mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Gibt es hier noch mehr. Bitten. Auf Wiedersehen. Nach Techtel-Mechtel fragen. Ne, ne, ne. Du kannst ja mal hier vielleicht nochmal bei Romantik. Ähm. Um eine Verabredung bitten. Du könntest ihm vielleicht auch nochmal flirten. Oh. Hier ist Elena Johnson. Die Freundin von Frodo. Ja. Oh. Geht er jetzt nach Hause? Halt. Wo geht er hin? Umarmen. Bleibt er jetzt stehen? Du musst ihn doch umarmen. Mein Freund. Umarmt euch. Los. Die beiden sollen sich umarmen. Zwischen den beiden hat es irgendwie gefunkt, Leute. Ich weiß nicht warum, aber... Da geht anscheinend was. Oh. Ja. Ich hab dich irgendwie gerne. Ja, hau nochmal ein Flirt raus. So. Nochmal irgendwie flirten. Was will die jetzt hier? Ja. Tschüss. Oh. Wow. Kevin und... Oh. Oh. Respekt zeigen. Kannst du ja mal machen. So. Yay. Okay. Die beiden werden anscheinend Pros. Das ist interessant. Bei Romantik kannst du vielleicht auch... Ähm. Nochmal mit ihm flirten. Wie sieht's aus? Oh. Kevin und der. Hm. Das ist... Oh. Das ist interessant. Lass sie mal in Ruhe. Sag mal der. Sie soll weggehen. Überall kann man nicht sagen. Sie soll weggehen. Unfug. Ne. Die nervt mich nämlich. Ähm. Gut. Es sieht aber auch so aus, als ob der Gute hier mal... Was macht der jetzt? Ach. Der hat Hunger. Gut. Und soll er jetzt mal essen, ne? Ähm. Anscheinend scheint er Interesse zu haben an dem Guten, ne? Ähm. Wie heißt's? Äh. Dingsens, bumsens. Wir schalten jetzt mal um. Ähm. Kontrolle auf Frodo umschalten, ne? Der gute Kevin, der ist gerade mit seinem neuen Lover im Park. So wie's aussieht. Bin ich ja mal gespannt, was sich aus den beiden entwickelt. Der Kevin und der Maruis oder wie der heißt immer noch. Ich hab keine Ahnung. Rewie. Cool auf jeden Fall, ähm. Dass du so fleißig bei der Arbeit bist. Hier. Äh. Fast. Ähm. Oh, okay. Dann sollst du schlafen gehen. Nachdem du schlafen warst, gehst du hier deine Fitnessfähigkeit nach oben bringen. Bei Frodo. Wie sieht es denn da aus? Der soll auch schlafen. Hier. Ähm. Der hat ja hier noch sein Bett. Genau. Und, ähm. Wie sieht es denn bei Marc aus? Marc? Hat der irgendwas? Der sollte vielleicht duschen gehen. Oder? Ne. Der sucht Spaß irgendwie. Aber, äh. Warte mal. Äh. Der sollte vielleicht auch nochmal einfach ein Lied spielen. Traditionell. Mach mal hier einfach. Bei Sonnenuntergang. Es ist zwar Nacht, aber das macht ja nichts. So. Wo lauft der hin? Was macht der denn? Hä? Ja, der schläft. Wolltest du gucken, ob dein Sohn richtig schläft? Hat der abgenommen? Ne. Nee, der ist immer noch so fett. Okay. Dann ist es halt so. Dann ist es eben so. So. Bald, äh. Bin mal gespannt, wann bald ist. Um 4 Uhr kommt die gute Isabel nach Hause. Ähm. Ja. Da spute ich auch mal ein bisschen vor einfach. So. Okay. Wer ist denn jetzt nach Hause gekommen? Ah. Die Annika. Die hat mega, mega fett Hunger. So wie es aussieht. Ähm. Ist das hier frisch? Oder ist es Abfall? Das ist Abfall. Die soll sich hier halt mal. Die ist müde. Nein. Mach dir mal hier bitte noch eine schnelle Mahlzeit. Und zwar, äh. Zerialien. Und dann kannst du schlafen gehen. Ja. So. Genau. Spül mal ein bisschen vor. Dass es ein bisschen schneller geht vielleicht. So. Oh. Sie ist wütend. Oh oh. Ja gut. Dann gute Nacht. Meine Gute. Und er ist jetzt. Er soll. Ne. Nicht so umarmen. Er soll auch schlafen. So. Genau. Du sagst es lieber Frodo. Äh. Marc. Ist es? Olaf ist am Updancen. Der hat ja heute keine Schule. Der kann noch ein bisschen länger wach bleiben. Ähm. Ja. Irgendwas mit einer Ananas erzählt er mir. Schlafen gehen. So. Wann kommst denn du endlich nach Hause? Du bist ja saumüde. Meine Gute. Spül mal jetzt extra mal ein bisschen vor. So. Genau. Okay. Sie hat sehr wenig Geld mit nach Hause gebracht. Aber es juckt mich nicht sonderlich. Sie darf jetzt hier auch eine schnelle Mahlzeit essen. Und dann erstmal. Ne halt. Ne ne ne. Mahlzeit nicht essen. Die soll einfach direkt schlafen gehen. Huh. So. Genau. Schlafende. Ist alles gut. Gut. Und äh. Kevin. Wie sieht es bei dir aus? Du bist auch saumüde. Geh mal auch hier bitte schlafen. Mein Guter. Und dann äh. Vielleicht danach noch aufs Klo. Ne. Genau. Mach das mal. Der ist am Schlafen. Revi ist am Erwachen. Das ist auch gut. Ach. Der macht jetzt erstmal Fitness. Und danach soll er was essen. Genau. Das braucht er jetzt nämlich auch. So. Dann gucken wir. Wie es bei ihr aussieht. Warum geht das nicht nach oben? Das frage ich mich. Da kann man das ein bisschen vorspülen. Okay. Frodo muss in der Stunde bei der Arbeit sein. Und ähm. Bei ihm sagt es hier. Zwei Patienten behandeln. Heile die Krankheit eines Patienten. Ähm. Auf der Untersuchungsliege. Mit Medizin. Oder einer Spritze. Ähm. Ja. Könnte man durchaus machen vielleicht. So. Der bringt den Müll jetzt raus. Wenn er das gemacht hat. Warte. Das spulen wir mal kurz vor. So. Wenn er das gemacht hat. Geht er hier mal kurz auf Toilette. Soll es auf Toilette gehen. Ich hasse es. Wenn sie immer so lange brauchen. Und wir gehen mit Frodo nochmal. Ähm. Auf jeden Fall. Auf. Äh. Die Arbeit mit. Würde ich sagen. So. Wir machen da nochmal mit. Und behandeln zwei Patienten. Da wir befördert worden sind. Und mal gucken. Ob es vielleicht. Diesmal direkt schon klappt. Mit einer nächsten Beförderung. Das wäre ja auch überragend. Fände ich es zumindest nicht schlecht. So. Okay. Ähm. Er ist jetzt bei der Arbeit. Was hat er denn? Ähm. Augen untersuchen. Okay. Mach mal hier. Ähm. Patient untersuchen. Allgemein. Warum kann ich nicht bei ihm die Augen? Muss ich das vielleicht bei ihr machen? Hier. Patient untersuchen. Allgemeinzustand. Mach das mal vielleicht. Genau. Ach. Das ist der Stefan. Okay. So. Und jetzt dann die Augen. Geht das nicht? Hä? Was kannst du denn mit ihm behandeln? Medikamenten. Ne? Was? Wie kann ich denn? Was? Hä? Was kann ich hier machen? Analyse üben. Okay. Das machst du mal bitte. Ach. Weil der Typ das jetzt belegt. Oh. Was für ein Fettsack ist das denn? So. Mach das mal. Genau. Du machst das gut, Frodo. So. Hat er jetzt da hingepisst? Der eine. Keine Ahnung. Abstrich bei einem Patienten nehmen. So. Wie funktioniert das denn? Essen bringen. Untersuchen. Nein. Ich will ihn behandeln. Ich will. Hä? Wie untersuche ich die Augen? Hier. Wie mache ich das? Da wurde bereits eine Diagnose gestellt. Ja gut. Wie soll ich denn dann das andere machen? Hier. Du kannst dem mal. Kannst du mal hier essen bringen, Frodo. Mach das mal bitte. So. Genau. Gut. Das hast du gut gemacht. So. Patienten behandeln. Äh. Du kannst ja mit Patienten hier plaudern jetzt mal freundlich. Äh. Nach Tag fragen. Dann kannst du vielleicht auch ihn behandeln und das da machen. Weil das unten Punkte gibt. So. Gut. Ja. Genau. Die Impfung war erfolgreich. Okay. Ähm. Wie sieht es bei ihm aus? Warum kann ich hier? Ah Mann. So. Dann geh einfach hier und behandle ihn. So. Keine Ahnung. Was ist das da eigentlich? Was muss man bei ihm machen? Ähm. So. Wir geben ihm einfach. Wir geben den Patienten die Sachen hier. So. Oh Gott. Wie sieht denn der aus? Sehr schön. Okay. Cool. Er hat das alles erreicht. Das ist sehr toll. Jetzt kann er für irgendwas recherchieren. Muss er hier vielleicht machen. Ähm. Medizinforschung recherchieren. So. Der soll erstmal den noch hier heilen. Sag ich mal. Damit das alles hier ein bisschen vorwärts kommt. Ich weiß allerdings nicht, wie ich die Augen untersuchen soll. So. Okay. Sehr schön. Die werden alle auf einmal wieder gesund. Oh. Was ist hier los? Okay. Warte mal. Jetzt soll er erst die eine Augen untersuchen? Aufgabe machen. Genau. Frodo. Du sagst es. Gut. Hat er gemacht. Und jetzt kann er mal hingehen. Und hier vielleicht einfach zur Untersuchungsliege bitten. Mach das mal. So. Genau. So. Die kommt jetzt. Oh Gott. Ach das ist ja. Das ist ja die mit der sich Kevin getroffen hat letztens. Okay. Sie legt sich hin. So. Und jetzt untersuchen. Einen Abstrich nehmen. Mach das mal bitte. Und dann. Und dann vielleicht auch noch hier Augen untersuchen. Genau. Mach das mal. Genau. So. Also der legt hier richtig los der Frodo. Du musst ihn. Jetzt guck doch in die Augen. So. Okay. Hat er auch gemacht. Dann kannst du hier vielleicht auch mal. Pass auf. Die Patientenprobe analysieren. Mach das mal. Abstrich analysieren. Von Hannah Peters. Genau. Mach das mal. So. Du bist ein sehr guter Frodo. Das muss man einfach sagen. Der ist da richtig gut drin. So macht man das nämlich heutzutage Leute. Genau so. Ja. Wie lange braucht er denn noch? So. Okay. Wo geht er jetzt hin? So. Du musst ihr jetzt. Warum kann ich sie nicht behandeln? Temperatur messen. Bitten zu gehen. Mehr Auswahl. Temperatur messen. Mach das mal bitte noch. So. Komm schon. Das soll es mal machen. Ah. Okay. Aus 10 Metern. Kann man das machen? Alles klar. Was soll er denn jetzt? Ein Snack kaufen? Soll er das nächste Mal machen. Ähm. Aktionen. Okay. Keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall sehr viel erreicht. Äh. Allerdings anscheinend nicht zu viel. So. Wie mache ich das? Eine Medizine. Experten. Man kann jetzt den dann noch übergeben. Geht das so mit vielleicht? Ähm. Patient übergeben. Genau. Mach das mal noch. Komm schon. Und. Hat es jetzt geklappt? Hallo. Der hört einem nicht zu. Übergib ihm vielleicht mal den Patient. Hä? Ich habe das doch gemacht. Mann. Der hat so Hunger. Okay. Dann lasse ich ihn jetzt einfach essen. Meine Güte. Solange er nicht wieder mit dem Teller in der Gegend rumrennt. Die ganze Zeit. Ist eigentlich alles in Ordnung. So. Okay. Ja. Es halt mal. Gut. Es geht die Zeit halt vorbei. Was ist das denn für ein Pfosten? So. Da wird davon irgendwie nicht satt. Kann das sein. Verdienst. Okay. Ähm. Ist das jetzt besser? Okay. 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 Gut. So. Ich hätte das Ganze eigentlich besser abschließen können. Aber hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Wie ich das wollte. Mein Gott. Da muss ich durch. So. Wieder zu Hause. Kann ja mal die gute Isabelle. Den guten. Ähm. Pass auf. Eine. Geschäfte. Nein. Halt mal. Nein. 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 Stop. Nein. Ich sagte Stop. So. Sie soll jetzt mal hingehen und Urlaub nehmen. Pass auf. Die hier kommen weg. Sie geht jetzt nur mit John Cena in Urlaub. Revier. Ne. Nur mit John Cena geht sie in Urlaub. Mal gucken, ob das was wird. Da bin ich mal gespannt. So. Genau. So. Wir spielen mal vor. Gut. Das funktioniert. Der hat. Äh. Nein. Fuck man. Urlaub absagen. Warum ist ein Isabelle mit dabei? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Äh. Die Annika. Warte mal. Hier. Nochmal. Hier. Urlaub nehmen. So. Nein. 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 Nur mit John Cena macht sie jetzt Urlaub. So. Genau. Mach mal. Klär das jetzt mal. So. Genau. Hingehen. Und. Dann nehmen wir uns. Äh. 300 pro Tag. Ähm. 200 pro Tag. Okay. 600 pro Tag. Was ist wenn wir hier gehen? Äh. Und was ist wenn wir hier? Auf einen Campingplatz gehen. Genau. Sie gehen jetzt campen. Für. Zwei Tage. Okay. Und. Lernen sich mal ein bisschen besser kennen. Wie schaut's aus? Ohne Revier. Der. Äh. Wird nicht eifersüchtig. Keine Angst. Das. Äh. Wird nicht passieren. Der bekommt davon nichts mit. Ich meine. Es war ja auch damals so. Als Raphael. Im Urlaub war. Äh. Gut. Wie können wir jetzt hier übernachten? Kann man sich hier irgendwo. Ein Zelt aufbauen oder so? Weil hier ist einfach absolut gar nichts. Das ist etwas schade muss ich sagen. Ähm. Hä. Wie kann ich mir denn ein Zelt kaufen? Ich würde mir gerne ein Zelt kaufen. Ich bin gerade auf einem Campingplatz. So. Ja. Sie will einfach ein bisschen Zeit mit John Cena verbringen. Aber ich weiß es nicht. Pass mal auf. Wie kann sie denn hier? Äh. Wie. Wie. Äh. Kann ich denn? Training. Nein. Äh. Du kannst ja mal die Bewunderung ausdrücken. Ich würde gerne. Meine Freunde. Ich würde hier gerne. Pass mal auf. Wer ist denn das da? Wer ist das da? Hier. Da. Wer ist das? Ah ne. Okay. Da kann ich nichts machen. Was ist das hier? Äh. Zu Unterkunft bringen lassen. Geht das? Mach mal bitte. Die haben sich ansonsten verirrt. Ich weiß nämlich nicht. Ich weiß nämlich echt nicht. Ähm. Spur mal vor. Okay. Äh. Jetzt tappt sie wieder zurück. Wie bekomme ich denn ein Zelt hin? Übernachten die dann im Dunkeln? Hä? Ich wollte ein Zelt haben. Das gibt es doch hier, oder? Muss ich da vielleicht eins im Inventar haben? Einen Schokokuchen habe ich zum Angebot. Mist. Ich kann kein Zelt haben. Du kannst ja mal hier, äh. Keine Ahnung. Zuspruch geben. Äh. Finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Muss ich sagen, Leute. Hä? Müssen wir den Urlaub vielleicht absagen? Ich brauche ein Zelt. Hallo. Äh. Ich weiß eine Menge über das Campen. Wo ist die? Ah ja. Hier. Hier vielleicht. Einfach mal hier lustig vorstellen. Mach das mal. So. Genau. So. Ja. Okay. So. Kann man hier bei dir vielleicht was kaufen? Wie schaut es aus? Ähm. Ich kann hier nichts machen. Ah. Um Camping-Info bitten. Mach das mal bitte. Ist wichtig. cool. Cool. Nabucuzi. Guma. Oh. Wir müssen auf Bären aufpassen. Äh. Und wie kriege ich jetzt... Wie bekomme ich jetzt... Wie bekomme ich jetzt ein Zelt? Äh. noch mehr Camping-Info? Noch mehr Camping-Info? Ich würde nämlich gerne in einem Zelt schlafen. Aber geht irgendwie nach hinten los. Kann das sein? Äh. Äh. Öffentlicher Waschraum. Äh. Äh. Wo bekomme ich denn jetzt ein Zelt? Ich hätte gerne noch eine Info. Äh. Oh. Der Urlaub geht nach hinten los. So wie es aussieht. Äh. Vielleicht eine Kühlbox mitnehmen. Oh mein Gott. Ich habe alles vergessen zum Camping-Urlaub. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das mitnehmen kann. Toilette benutzen. Duschen. Äh. Wie soll ich denn jetzt das Ganze... Kann man vielleicht hier hingehen? Reißen. Und dann wieder zurück in den Urlaub. Geht das? Oh man. Ich weiß es nicht. Leute. Ich glaube, ich habe es verkackt. Ich bin in den Urlaub gegangen. Ohne... Oh. Ist da eine Höhle? Ne. Ist leider keine Höhle. Okay. Ich bin in den Urlaub gegangen. Ohne Zelt. Oder sonst irgendwas. Ohne irgendwas mitzunehmen. Ist glaube ich etwas doof geworden. So. Was kann man hier machen? Samen kaufen. Kann man nicht hier irgendwo... Camping... Zubehör kaufen. Endlich. Ja. Da habe ich es ja gefunden. Das ist toll. So. Aber um das alles. Kümmern wir uns dann... Äh. Bald. In der nächsten Folge. Ich nehme mir jetzt hier erstmal... Pass mal auf. Angeln will ich nicht. Ich will ein Zelt kaufen. So. Ähm. Zelt für Campinganfänger. Okay. Nehmen wir. Kommt auf jeden Fall mit. Eine Kühlbox. Äh. Taschenhütte. Okay. Was ist das mit der Taschenhütte? Zuhause. Deine Freunde. Wie viel passen denn hier rein? Okay. Ne. 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 Wir nehmen das einfach. Ähm. Diese Kühlbox hier. Ne. Ich brauche keine Kühlbox. Wir machen unser Essen immer neu. Stühle brauche ich auch nicht. Ähm. Was ist das hier genau? Vielleicht hier so eine Gitarre. Ne. Brauche ich nicht. Wir nehmen einfach hier ein bisschen... Ein paar Äpfel mit. So. Okay. Geht in Ordnung. Zack. Haben wir gekauft. Dann würde ich sagen... Können wir das... Äh. Warte. Wo muss ich das aufbauen? Hier. Können wir das Zelt vielleicht hier aufbauen. Geht das? Hier hingehen. Warte mal. Habe ich das? Ah. Das habe ich hier in der Welt platzieren. Nein. Fuck. Komm jetzt erstmal hier hin. Hier hingehen. So. Und... So. Jetzt. Wo ist das Zelt? Hat sie das schon platziert? Oh nein. Egal. So Leute. Ähm. Wildnisratgeber lesen. Entspannen. Okay. Mach das mal. Geht es hier schlafen? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe diese 1 Stunde Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich bin weg. Ciao. Euer Basti. Zockt.